Und um die hier alle weg. Also, so geht das. War's das? Ja. Komm ich jetzt hier raus. Wahrscheinlich, da drüber klettert oder? Ah! WTF? Oh mein Gott! Oh, haben die es auf uns abgesehen? Ist ja voll unfair. Ja, klar. Ja, klar. Ich bin immer noch nicht so glücklich. Warum kam der einfachste Weg weg? Vielleicht dachte ich, dass ich es nicht verdient habe. Okay, hier ist nirgends was, was wir gebrochen könnten. Das heißt, wir schauen mal hier runter. Weiter. Ich dachte, der ist tot. Mann! Ich dachte, diese Leute haben sich nicht Okay, cutscene. Yo... Yo... I couldn't make much sense of what I was seeing, but I had the feeling it wasn't that strange for anyone else. I had no option but to take the scenic route. But Neffeltronto? These Charmers weren't there to make a couple of arrests. They were bussing them out by the dozen. But who was I to cast judgment on proper police procedure and justifiable use of force? I can't wait to get out of here. 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 Geiler Headshot. Wie viele Schwänze aushalten? Ist ja nicht mehr schön. Hier hoch? Nein. Da rein. Geiler. Geil, Geil! Geil, Geil! Geil, Geil! Ja, wer den Steil ist zu, dann hat er deinen Gäsel an. Geil, Geil. Geil! Geil, Geil! Geil und sich, jetzt soll ich es geschehen! Ich schau, von Ihnen aus dem Glück, bis zu unarm岸到 und anterrenatur. Ein nur Ausweis zu uns, Nicht, dass ich einen brauchte, sondern jeder hohe Punkt kann immer höher gehen, als meine neuen Freunde zu finden. Ja. Es war Sao Paolo's finest und ein Busload von Glückwunters, die sie vorhin ausgesprochen haben. Äh, Max, willst du dich nicht verstecken? Warum versteckst du dich nicht einfach, Max? Ja, du hast nicht mal eine Waffe. Oh, das ist alles unter Kontrolle, okay? Was passiert hier? Die Leute? Was für die Hölle? Niemand hat das zu viel Sinn gemacht. Es waren zwei operativen. Ein war eine Band von Hired-Killers, und der andere sollte die Frieden halten. Aber sie machten deals. Nun musste ich gefunden, Giovanna und Marcelo. Sem einen besseren Plan, dachte ich, ich hätte besser folgen dieses Basterde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du Basterde. Blocken. Entlocken. Trechen. Zuschlagen. Okay, soviel dazu. Giovanna! Es wird okay sein. Nein, 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 nein. Du willst das nicht machen. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Sie ist die letzte, die lebt. Komm her. Komm her. Was ist das? Er war ein Amerikaner. Er war? Er war? Verließe mich auf den Tod ihres Freundes. Herr Amerikaner, wie soll er sterben? Scheiße! Halt ihn! Halt ihn! Halt ihn! Halt ihn! So, eine haben wir gerettet. Von vier oder drei. Nach ein paar Stunden lang und schweig. Du sprachst, was du hast. Und gerade jetzt alles, was wir hatten, war ein anderes. Ich war ein Verrück. Und Giovanna... Ich wusste, was sie gesehen hat. Keine Menge von Drogen oder Therapien konnte erraten. Das Kind der Schmer, die dich um immer wiederum. Ein konstant Schmerz. Eine Verbrechung der Leben. Der Schmerz hat genug gemacht. Wir mussten rauskommen. Wir müssen rauskommen. Schmerz hat sie. Passo sagte, dass es ein guter Ort ist, in der drüben. Nein, wir brauchen einen Stalki. Ich versuche nur, sich ruhig zu bleiben. Okay. Komm, 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 komm. Bist du okay? Ja. Das geht nicht lange gut, glaube ich. Ich glaube, das ist es. Ja, weiter geht. Das ist ein Mädchen. Einfach mal runter schubsen. Warum nicht? Hier, komm. Hier. 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 Entschuldigen Sie wieder. Hier. Sie müssen schnell noch rüber halten. Ja, ich weiß was hier oben gekkincher. Ich fühle mich recht luôn. Ich bin ziemlich Natasha. Ja und oro? G haver wir ihn schyuentief? Wir wollen dort leben irgendwoher, gleich ab dem으ichen Schmerzen. Entstanden. Ich wollte das eben, lange vor HanggeRISch Was nicht passiert? Es ging nicht so gut. Sorry, dass du das hörst. Vielleicht wird das andere sein. Vielleicht wird das andere sein. Für dich auch, ich meine. Asos ist ein Glück. Shhh! Pratsha, Chef! Ich glaube nicht, diese Leute sind hier für dein Baby-Schoher. Nicht? Schade! Bleib aus! Shhh! Sieht nur aus, dass du siehst! Und wie wir die erledigen, sehen wir... ...und da seht ihr, sind wir alle! Haha! Im nächsten Pfad von Max Payne 3. Auf euch hat's gefallen? Reingehauen! Tschaußen!